seacrauds moin moin seacrauds freunde willkommen zurück auf dem seacrauds kanal dem infotainment portal rund um world of warships und wir wollen euch heute die irian vorstellen neues premiumschiff in world of warships ich bin noch ein bisschen erkältet bitte dazu entschuldigen aber wir wollen hier keine zeit verstreichen lassen und direkt loslegen die irian ist aktuell im spiel erhältlich und zwar wenn man diese drei pakete a8888 dublonen ausgibt dann kriegt man die irian versprochenerweise andernfalls hat man eben glück und findet die in diesen pan asiatischen containern durch zufall ist ein t8 kreuzer und ja der zu den pan asiaten gehört und die pan asiat der pan asiatische baum hat ja eine besonderheit diese schiffe dienten in der regel alle schon mal in anderen marineflotten so ist es auch bei diesem schiff die irian diente früher unter einem anderen namen und zwar unter dem namen ortschornikitzel in der sowjetischen marine oder russischen marine und ja kommen wir ganz kurz zur geschichte 1949 wurde dieses schiff in linigrad auf kiel gelegt vom stapel lief es dann 1950 und in dienststellung war am 30.08.1953 entnahm danach den dienst in der baltischen flotte auf und wurde später ins schwarzmeer verlegt gab einen internationalen zwischenfall da ist der taucher lionel krepp spurlos verschwunden er arbeitete für den mi6 und da klingelt es denke ich geheimdienst der briten und die versuchten sicherlich einiges an dem britischen kreuzer da herauszufinden möglicherweise wie gesagt ist spurlos verschwunden hat sich nie aufgeklärt was mit dem herren dann passiert ist das lag das passierte als das schiff in port mouth vor anker lag und ja wahrscheinlich unterwegs war in schwarzmeer wie auch immer 1962 war da die übergabe an indonesien und die umbenennung von ochoni kitze auf irian 1972 war dann auch da in der indonesischen flotte der das leben der irian vorbei und das schiff wurde verkauft zum verschrotten nahm an keiner großen kriegerischen handlung teil also in dem sinne dass halt irgendwo beschuss durchgeführt werden musste oder so eine sachen das war schon und jetzt kommen wir dann direkt zu den werten im vergleich hier in world of warships und was bietet sich da an der vergleich mit dem michael kutusow wenn euch auch dieses schiff als ein schiff der schwertlauf klasse und ja von der klasse wurden 14 schiffe gebaut und die kutusow und die irian sind zwar sie zwei vertreter davon die ins spiel hier geschafft haben überlebensfähigkeit der irian ist hier angegeben mit 41.200 treffer punkten bei einer panzerung bis maximal 175 millimeter das ist fast deckungsgleich mit der kutusow die 40.700 treffer punkte hat also 500 punkte hat die irian in dem fall mehr torpedoschansveränderung ist hier nicht vorhanden das heißt torpedotreffer ist dann ja relativ intensiv und heftig schauen wir uns die panzerung an diese panzerung unterscheidet sich nicht in einem millimeter von der kutusow panzerung ich konnte keine unterschiede feststellen wir haben hier vorne komplett 25 millimeter auch der deck hat hier überall 25 meter die obere beplattung der kasematten und ja auch das achter deck hat komplett 25 millimeter inklusive ruder und so weiter wo die panzerung sich verstärkt oder abhebt ist natürlich von einer hauptbatterie lafetten panzerung da ist ja in der traditionell die stärkste panzerung mit 175 millimeter und der rest sind also 65 75 130 millimeter dann kommen wir zu dem einen der verwundbarsten teile in diesem schiff ist natürlich die zitadelle ich baue hier mal so ein bisschen ab und dann sehen wir hier die zitadelle ist ganz deutlich über wasser ragt heraus hier haben wir den roten bereich der ist schwimmt normalerweise im wasser und der teil ist dann schon mal über wasser und die zitadelle ist direkt mit 100 millimeter gepanzert und da liegt nichts weiter drüber also diese 100 millimeter gilt zu penetrieren und schon habt ihr zitadellentreffer gelandet ich habe dazu mal rausgesucht ab wandern ungefähr klappt also man kann sagen alle kaliber ab 203 millimeter sorgen ohne probleme dafür dass man selbst auf große kampferntfernung also 17 kilometer und mehr wohl das schiff ja siebzehnhalb kilometer schießen kann ja da zitadellen darauf landen können schlachtschiffe sowieso wie gesagt schwere kreuzer 203 millimeter kaliber kann darauf auch ohne probleme zitadellen landen und bei den kleinkaliber also 152 millimeter leichte kreuzer ist es ungefähr ab 14 halb kilometer so dass man sagen kann das ist jetzt die große gefahr also ich habe hier für die new orleans 14,4 kilometer aufgeschrieben und ja das ist eigentlich das was man da mitnehmen sollte das schiff ist ganz klar ein schiff was man auf große distanz fahren sollte also 17 bis 13 kilometer und dann versuchen über manövrieren und inseldeckung zumindest kurz mal schießen dann verschwinden so sollte man dieses schiff fahren denn der rest ist ein großes risiko auch angewinkelt bleibt hier natürlich eine menge schaden drin da auch hier wieder die overmatch mechanik natürlich eine rolle spielt wir haben hier 25 millimeter bugbeplattung overmatch mechanik ganz kurz erklärt ist die panzerung 14,3 mal kleiner als das kaliber was auf diese panzerung zufliegt wird der einprall oder der aufschlagwinkel ignoriert das heißt ihr ihr werdet immer penetriert in dem vorderen bereich also das ist dann die grenze bei 358 millimeter kaliber geht hier einfach so durch egal ob auf die spitze trifft und der winkel bei null grad ist sozusagen oder ein grad oder ja ob er eben bei 90 grad ist wo die normalen aufschlagwinkel dann eben sind das ist das spielt hier keine rolle overmatch mechanik ist halt wirklich eine bedrohung für dieses schiff denn auch hinter dieser panzerung haben wir dann nur 120 millimeter in der panzerung in der zitadelle die sind natürlich auch gerade für ein schlachtschiff relativ leicht zu durchdringen gut dann kommen wir schon zur artillerie die artillerie ich mache hier mal die panzerung aus die artillerie hat vier türme also vorne zwei und hinten zwei drei rohre 152 millimeter die ladezeit ist wie bei der kartus auf absolut gleich acht sekunden dauer für die 180 grad kehre 25 sekunden streuung ist gleich der sprenggranaten höchstern mit 2200 ist absolut identisch brandwahrscheinlichkeit ap mündungsgeschwindigkeit ist identisch aber die feuerreichweite ist anders die beträgt bei der kultur auf nämlich 19,1 kilometer und 17,5 ist es hier bei der irian wird auch gleichzeitig so ein bisschen ja den unterschied so darstellt es ist auch ganz wichtig hier um vernünftig schaden zu machen IFAE auf dieses schiff zu skillen weil man ohne IFAE nur 25 millimeter panzerung penetriert und mit IFAE eben garantiert 32 millimeter und damit hat man deutlich mehr schadenschance weil 32 millimeter doch auch bei dem einen oder anderen schlachtschiff wie zum beispiel der conqueror auf t10 verbaut ist und man damit halt auch auf dem rumpf ganz gut treffer landen kann so das könnte man dazu sagen was hier noch besonders ist es natürlich die ap granatengeschwindigkeit und die sprenggranatengeschwindigkeit die hier sehr sehr hoch ist dieses schiff verfügt über einen sehr direkten schuss und das ist eigentlich auch ein toller vorteil es ist nicht schwer mit diesem teil zu zielen auch auf größere distanz fliegen die granaten ja sehr sehr kurz wir haben hier eine granaten flugzeit auf 17,5 kilometer von nur 12,47 sekunden und wir penetrieren hier mit ap munition bei auf 17,5 kilometer auf horizontale panzerung 84 millimeter auf zehn kilometer sind es dann schon 142 millimeter oder fünf kilometer 219 millimeter die abprallwinkel bei der ap munition sind hier standard winkel also 0 bis 30 grad automatischen abpraller dann haben wir von 30 bis 45 grad die chance auf einen abpraller und bei 45 bis 90 grad gibt es keine abpraller mehr sondern da gibt es dann halt die nächsten abfragen ist die panzerung dick genug oder dünn genug besser gesagt und so weiter und so fort dann kann man dazu noch sagen dass hier eine mindest panzerung zu durchschlagen gilt bei der ap munition um sie zu aktivieren nämlich 25 mm das ist bei allen ap munitionen im spiel so dass immer eine gewisse mindest panzerung durchschlagen werden muss damit die ap munition sich überhaupt aktiviert also dann explodiert das sind hier 25 mm und der zündverzögerer nachdem 25 mm penetriert wurden beträgt 0,025 sekunden und das ist quasi die standardverzögerung für 152 mm artillerie im spiel das findet man auch bei ganz vielen anderen kreuzern zum beispiel den italienischen kreuzern vielen russischen kreuzern die 152 mm kanonen haben oder auch der nürnberg gut kommen wir zum nächsten punkt zur hauptbewerbung hatte ich jetzt einiges gesagt auch die zwölf prozent brandwahrscheinlichkeit habe ich möchte hier nochmal hervorheben die nicht schlecht ist auf 8 sekunden nachladezeit dann gibt es eine besonderheit und zwar ist dieses schiff das der kreuzer der moment die am weitesten schwimmenden torpedos beinhaltet und wir haben hier ein paar asischen kreuzer das heißt wir haben hier tiefwassertorpedos die hier durchs wasser schwimmen und zwar mit einer reichweite von 13,5 kilometer erkennbarkeit zur see sind nur 0,8 kilometer also 800 meter weit muss ein schiff an diesen torpedos vorbeischwimmen um sie überhaupt zu entdecken und ja jetzt seit der neuen mechanik wir haben jetzt patch 0 8 0 die flugzeuge entdecken keine torpedos mehr bleibt ja nur dass ein anderes schiff diese torpedos aufklärt oder eben die hydroakustik die diese torpedos aufdeckt die tiefwassertorpedos treffen in diesem fall kreuzer schlachtschiffe und flugzeugträger die torpedos sind 68 knoten schnell also jetzt wirklich schon richtig top gut unterwegs das ist schon sehr sehr heftig und der wie sagt alpha damage von 17.900 trefferpunkten ist schon krass gerade weil dieses schiff mit dieser auch dieser reichweite in die lager versetzt verdeckt zu torpen das heißt wenn jemand auf 13 oder vielleicht sogar 14 kilometer weit weg ist oder sogar nur 12 kilometer wollte diese irian ist eben drunter zu skillen bis auf 10,8 kilometer entdeckbarkeit ja kann man wasser im torpedos im wasser haben und den dampfer den gegner treffen ohne der weiß dass man überhaupt da war das ist eine tolle möglichkeit unter umständen wobei sicherlich schwierig wird mit dem heutigen ja mit dem cv rework wo doch überall oder immer wieder eine aufklärung stattfindet gut im vergleich zur kutusow die hat hier nur acht kilometer torpedos die 60 knoten schnell sind die gehen auch viel weiter auf und die haben auch nur ein alpha schaden von 14.400 punkten nachleidzeit von der torpedowerfer hier 136 sekunden bei der kutusow sind es 131 sekunden und wir haben hier auf diese sind montiert übrigens links und rechts jeweils ein werfer mit fünf rohren gut das kann man zu den torpedos sagen dann kommen wir zur flugabwehr die flugabwehr hat hier einen wert von 63 ihr wisst selber dass dieser wert nicht mehr unbedingt so ausschlaggebend ist sondern es viel mehr in den details liegt was hier mit der flugabwehr passiert und die ist ja nur seit diesem aktuellen patch wichtiger denn je geworden und wir haben jetzt auch hier viel mehr informationen die hier eine rolle spielen es gibt hier aber keinen unterschied zwischen den schiffen das heißt die kutusow oder eben die irian sind komplett identisch von der flugabwehr da kann man da gibt es eigentlich nichts weiter zu erwähnen und gilt für beide wir haben in der abwehr für mittelstrecke und langstrecke das heißt ja kommen hier moment einmal 100 meter bis 3,5 kilometer mit einer 85 prozentigen trefferwahrscheinlichkeit dann ist halt wie dicht diese salven da eingesetzt werden wir haben hier sieben explosionen in einer salve und dann geht es weiter 3,5 kilometer bis 5,8 kilometer auch da haben wir dann eben sechs explosionen in einer salve gibt hier diesen kontinuierlichen schaden also der schaden der permanent ausgestreut wird wenn man sich in dieser zone aufhält und es gibt dann eben auch den schaden der dann hier mit dieser salve diese explosionen beinhaltet das sind diese schwarzen rauchwürken die ihr immer wieder seht und dieser ist eben diese ist dann echt vernichtend ihr seht es in dem explosionsradius einer granate fresse ich da 1260 damage und in der langstrecke flugabwehr sogar 2100 damage das kann also passieren wenn man durch die langstrecke abwehr fliegt und dann da diese explosionen bekommt dass man da ganz schnell mal ein paar flieger verliert wenn man die sektoren verstärkt also links oder rechts ist das eine steigerung von 25 prozent und die verstärkung der sektoren oder der wechsel für sektoren dauert dann zehn sekunden also das heißt von 100 auf 125 prozent oder von 125 prozent wieder auf 100 prozent respektive dann auf die andere seite wenn ich gegen die irian mit meinem flugzeugträger unterwegs war war das durchaus anstrengend und herausfordernd diese zu torpedieren und anzufliegen aber es ist durchaus möglich eine salve an torpedos in wasser zu schmeißen gut dann kommen wir zum nächsten wert der nächste wert ist die manövrierfähigkeit 32,7 knoten stehen hier bei der irian zu buche 760 meter wendekreis und eine ruderstellzeit die doch sehr langsam ist mit 10,3 sekunden dafür dass das schiff so verwundbar ist denn da steht die kutus auf ein bisschen besser hervor denn wir haben da bei der kutus auf 33 knoten der wendekreis radius ist der gleiche aber wir haben eine ruderstellzeit die fast vier sekunden geringer ist denn das sind 6,5 sekunden und die verborgenheit des schiffes beträgt hier 13,7 zu wasser 9,3 zu luft im nebel gehen wir 7 kilometer weit auf wenn wir die hauptgeschütze benutzen da ist die kutus auf dann wieder hinten dran da diese 14,5 zu wasser aufgeht 9,3 zu luft und wenn sie im nebel steht und schießt geht sie 700 meter weiter auf als die irian nämlich 7,7 kilometer das heißt die kutus auf ist deutlich wendiger und sogar ein ticken schneller geht aber auch weiter auf während die irian bisschen weniger wendig und ein bisschen weniger schnell ist dafür aber verborgener das heißt da ist so ein kompromiss zu finden was einem dann mehr liegt zu den modulen was gibt es denn für verbrauchsmaterialien wir haben hier mitgeliefert bekommen schadensbegrenzungsteam natürlich wieder 1 und 2 standardwerte wirkungsdauer 5 sekunden ladezeit 90 respektive 60 sekunden wenn ihr das premium modul benutzt und wieder mein standardtext den kennt ihr schon premium schiff heißt premium verbrauchsmaterial also scheut euch nicht und nehmt die 22.500 silber in die hand die verlängern einfach euer leben in dem gefecht und somit verdient ihr die kohle mehr die diese verbrauchsmaterial kosten und das ist ein premium schiff in der beziehung müsst ihr euch also keine gedanken machen dass da irgendwie zu wenig credits übrig bleiben nächster punkt ist die hydroakustische suche die hier verbaut ist ortung von torpedos 3,5 kilometer ortung von schiffen 5 kilometer auch wieder 100 sekunden aktiv ladezeit 3 minuten oder 2 minuten 2 ladungen oder 3 ladungen das heißt da gibt es wieder unterschiede je nachdem was man dann da eingebaut hat und der dritte slot ist nicht etwa der nebelwerfer wie bei der kutusov sondern die torpedonachladebeschleunigung die hier 1 oder 2 ist ladezeit für den torpedewerfer 8 sekunden wirkungsdauer des verbrauchsmaterials 1 sekunde und dann haben wir hier ladezeit 360 sekunden oder eben 240 sekunden das sind nochmal 2 minuten unterschied zwischen den verschiedenen modulen und von daher sollte man auf jeden fall hier zum premium modul greifen gerade weil die torpedos so lange schwimmen und die man einfach auch mal auf verdacht abwerfen kann und ja die meisten leute rechnen aktuell nicht damit dass da torpedos rumschwimmen gerade weil sie auch sehr sehr schwer zu entdecken sind bei der kutusov können wir ganz kurz auch mal auf das verbrauchsmaterial gucken wie gesagt hier gibt es deine nebelerzeuger und bei der hydroakusik gab es hier noch die auswahl zum defensiven flagfeuer was jetzt aktuell ja auch durchaus sinnvoll sein kann bei dem umbau also wir switchen wieder zurück zur irian und schauen uns dann die einbaubaren verbesserungen an und ich sage euch ein bisschen was dazu der erste slot ist ganz klar die hauptbewaffnungsmodifikation 1 meiner meinung nach durch die geringere panzerung ist es durchaus sinnvoll das risiko der eines ausfalls der hauptbatterie einfach zu steigern auch die überlebensfähigkeit zu steigern dadurch das ist eure hauptbewaffnung und die ist eben enorm wichtig auch der torpedowerfer da ihr beide varianten habt und dieses modul in beide sachen steigert nämlich die torpedowerfer und die hauptbatterie müsst ihr quasi unbedingt bei diese sache einbauen nächster punkt ist dann schadensbegrenzung systemmodifikation antrieb oder steuergetriebe ich würde hier ganz klar zur schadensbegrenzung tendieren ich hatte in meinen testfahrten die ich mit dem schiff gemacht habe keine probleme mit dem steuergetriebe oder mit der antriebsmodifikation so und jetzt kommen wir zu slot 3 und jetzt wird es langsam interessant brauchen wir flug oder zielsystem modifikation das müsst ihr am ende selber entscheiden ich würde aktuell bei der aktuellen lage des servers für zur flug modifikation tendieren weil sie einfach dafür sorgt dass ihr nochmal in jedem reich bereich also mittelstreckenflugabwehr und langstreckenflugabwehr zwei explosionen zusätzlich generiert und ihr glaubt mir einfach diese schwarzen explosion sind für flugzeugträger extrem nervig und extrem gefährlich und kann euch das leben retten oder verlängern und von daher tendiere ich hier ganz klar zur flug bewaffnung und es gibt auch noch einen grund warum ich dazu tendiere die c system modifikation sorgt natürlich für schneller drehende torpedowerfer oder für eine größe reich für der sekundärbatterie spielt jetzt aber nicht unbedingt so eine krasse rolle die streuung der hauptbatteriegranaten das ist eigentlich das was man dadurch verliert nämlich sieben prozent horizontale streuung ich muss aber sagen dass die irian schon von hause aus ein sehr sehr präzise schiff ist und deswegen meiner meinung nach auf diese streuungsreduzierung verzichtet werden kann sekundärbatteriemodifikation würde ich hier generell nicht einbauen die sekundär ist hier zwar drauf aber spielt keine große rolle als kreuzer mit wenig panzerung und so weiter fährt man die sowieso nicht so das ist ein kompletter fehler und die hauptbatteriemodifikation sorgt zwar für höhere drehgeschwindigkeit aber die ladezeit wird auch verlängert und von daher kommt die für mich hier auch nicht in frage ihr müsst euch zwischen der flug bewaffnung oder die zielsystem modifikation entscheiden slot nummer drei ist dann schadensparenzungssystem modifikation antrieb oder steuergetriebe ich hatte eingangs schon erwähnt die ruderstellzeit beträgt 10,3 sekunden das ist very too much also sehr 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 zu viel und das muss unbedingt weiter runter geskillt werden denn das ist eure lebensversicherung die manövrierfähigkeit über inseln schießen ist mit dem schiff sehr schwer weil ihr den direkten schuss habt keine große bogen geschichte wie bei den amerikanischen kreuzern zum beispiel von daher bleibt in bewegung und ja nutzt eure ruderstellzeit darum ganz klar steuergetriebe ausnutzen da habt ihr gesehen von 10,3 auf 8,2 sekunden das sind 2,1 sekunden die ihr dadurch spart also eine ganz wichtige geschichte und der nächste punkt ist dann ja eigentlich tarnsystem modifikation dieses schiff ist wirklich ganz ganz wichtig dass das nicht gesehen wird oder nur sehr spät gesehen wird dass ihr euch rechtzeitig in sicherheit bringen könnt und ich würde auf jeden fall jedem anraten diese tarnsystem modifikation zumindest für den anfang erstmal einzubauen die streuung der granaten wird nochmal um 5 prozent erhöht und ihr seid 10 prozent weniger weit sichtbar natürlich kann man hier wenn man denn möchte auch die steuergetriebe modifikation einbauen um die ja ruderstellzeit noch weiter runter zu skillen das ist durchaus ein legitimes mittel und für mich die alternative zum tarnsystem das müsst ihr auch wieder selber entscheiden ob ihr euch nur den kapitän schnappt und dann den tarnungsmeister raufbaut oder ob ihr eben ja da noch eine zusätzliche tarnung benötigt der weg würde hier das macht das schiff einfacher zu fahren definitiv die tarnsystem die tarnsystem modifikation empfehlen so hier oben bei der zielsystem erfassung das macht meiner meinung nach nur auf schiffen sind die sehr offensiv unterwegs sind und nicht aus dem hintergrund operieren so wie das die irian eigentlich tut weil ihr eben da die erfassungsreichweite torpedos und so weiter natürlich erhöht und auch das gilt übrigens auch für die hydroakustik die dann die torpedos weiter aufklärt aber wie gesagt ihr seid ein schifffahrt im hintergrund agiert die dds sind normalerweise an der front irgendwo unterwegs es kommt natürlich mal selten zu anderen situationen aber es wird euch mehr helfen das tarnsystem oder steuergetriebe einzubauen so das sind die verbesserungen die ihr ins schiff einbauen sollte die ich euch empfehle als nächstes kommen wir zum äußeren wenn ihr dieses schiff dann im arsenal erstanden habt also für dreimal 888 dublonen oder eben glück hattet und das in der kiste bekommen habt bekommt ihr zum einen eine normale typ 10 irian premium tarnung die die erkennbarkeit und die streuung der granaten verändert das ist ja standardwert der ist ja fast auf jeder tarnung drauf und dann natürlich die kosten um 10 prozent reduziert nach dem gefecht und die ep um 50 prozent gesteigert diese tarnung sieht so aus finde ich persönlich ziemlich angenehm würde sie auch so weiterfahren oder ihr bekommt die gleichen werte noch einmal bloß optisch aufgewertet oder verändert zumindest in einer panasiatischen sondertarnung die jetzt hier zum mond neujahrsfest gibt die sieht dann so aus ist ein bisschen so ja ich sage es einfach mal ein bisschen merkwürdig ist nicht so ganz mein persönlicher geschmack aber darüber lässt sich ja bekanntlich streiten und von daher ja möchte ich euch die nicht vorenthalten wenn ihr diese dreier pakete da gekauft habt dann ist diese tarnung auch automatisch mit dabei wir bauen jetzt hier aber die standard tarnung ein und dann geht es zu den signalen welche signale spielen hier eine ganz besonders große rolle ich möchte hier hauptsächlich auf die kampf signale eingehen da diese für uns hier wichtig sind die ökonomischen signale sind ja eure wahl was ihr gerade benötigt was für aufgaben ihr gerade eben erfüllen müsst fangen wir direkt oben an es ist zum einen das kampf signal in der x-ray natürlich wichtig um die brandwahrscheinlichkeit weiter zu erhöhen und dazu kommt dann auch sofort victor lima um nochmals die brandwahrscheinlichkeit weiter zu erhöhen dann möchte ich natürlich die panasierischen torpedos noch weiter pimpen indem ich die wassereinbruchswahrscheinlichkeit nochmal höher setze also 15% steigerung erreiche ganz wichtig ist auch heute die flugabwehr kontinuierliche schaden für eine kurz und mittel und lang strecken lafetten plus schaden pro sekunde innerhalb der explosions radius von granaten der mittel und lang strecken flugabwehr das heißt da gibt es nochmal für alle bereiche kurz, mittel und langstrecke mehr durchschnittlichen schaden und dann auch noch mehr schaden durch die schwarzen explosionen so nenne ich sie jetzt einfach das ist eine ganz heftige sache also 5% ist schon eine ordentliche steigerung die ihr da bekommt der nächste punkt ist dann im unteren bereich hier november foxtrot nachladezeit des verbrauchsmaterial solltet ihr auf jeden fall weiter reduzieren ihr habt drei verbrauchsmaterialien die alle ziemlich wichtig sind und eure überlebensfähigkeit oder wehrhaftigkeit deutlich steigern der kleine nachteil zur co2soft den könnt ihr weg machen indem ihr einfach sierra mike einbaut auch eine sehr sinnvolle geschichte nämlich dann kommt ihr auf 34,3 knoten zum ende ganz wichtig ist die die beseitigung des risikos einer magazindetonation durch die geringe panzerung habt ihr und ihr wisst ihr risiko dass euer magazin getroffen wird und ihr dann instant sterbt sozusagen nachdem 25% eures lebens vom schiff abgezogen wurden da gab es ja vor einiger zeit mal eine mechanikänderung man kann nicht mehr bei 100 bis 76% trefferpunkte detonieren sondern erst ab 75% beziehungsweise weniger die baut man noch ein und dann india yankee die zeit zur brandbekämpfung würde ich hier persönlich auch noch mit rauf packen weil wenn man mal aufgeht kann das passieren dass man sehr schnell mit he beschossen wird weil man eben doch jetzt ein bisschen wendig ist versucht auszuweichen die ap munition nicht mehr die optimalen winkel für euch bietet also für den gegner auf euch zu schießen bietet und dann wird schnell auf he gewechselt und daher solltet ihr das ist natürlich für euch ein großes risiko zu brennen und deswegen solltet ihr meiner meinung nach india yankee hier noch mit rauf setzen so dann haben wir acht signale zusammen die standard flaggen sind für euch sowieso in anführungsstrichen egal sei denn ihr spielt gerade halt in der liga und seid da unterwegs dann macht es durchaus sinn hier eben noch die first league flagge mit rauf zu backen um da 10% wartungskosten vorteil zu bekommen wie gesagt das ist nur kurz und in den gewerteten saison gefechten verfügbar das heißt das ist hier nicht repräsentativ so und dann kommen wir zum kapitän denn wenn ihr diese schiff käuflich erwerbt dann bekommt ihr ein premium kapitän der hier kwan rong heißt wenn ihr diese schiff in einem zufallscontainer bekommen habt sozusagen dann gibt es ja auch diesen das hier ist quasi einer der beiden brüder die beide die gleichen fähigkeiten haben einmal gibt es kwan rong und einmal gibt es darong ja darong ist der zufallskapitän also der den ihr euch erspielen könnt im spiel und kwan rong ist eben der kapitän den ihr bekommt wenn ihr das ding aus dem panasiatischen premium container zieht also aus diesem mond container die haben besondere fähigkeiten nämlich hier experte der überlebensfähigkeit und natürlich den sprengmeister und ich gehe darauf jetzt ganz besonders ein ich habe jetzt hier einen 10er kapitän und ja wichtig aus meiner sicht und sehr sinnvoll ist hier zu skillen vorrangiges ziel ihr seid leicht gepanzert und müsst durch wendigkeit das alles wett machen darum vorrangiges ziel unheimlich wichtig ihr wisst genau wie viele schiffe auf euch zielen und ob manöver erforderlich sind punkt nummer zwei ist dann sofort entweder adrenalin rausch was ein sehr sehr wichtiger skillpunkt sein kann oder eben elite schütze um die türme schneller zu drehen 25 pro sekunden ruder turmdrehzeit ist hier anliegend und ihr könnt dann mit 0,7 sekunden pro sekunde schneller drehen das heißt ihr kommt auf ungefähr 20 sekunden pi mal daumen bisschen drüber noch und ja das kann in entscheidenden situationen den vorteil ausmachen aber ebenso halt auch adrenalin rausch wollt ihr dann ja pro treffer punkt den ihr verliert halt auch eine ladezeit verkürzung bekommt im dritten bereich kann ich euch mehrere sachen empfehlen und zwar zu allererst und wird meiner meinung nach ganz besonders wichtig skill gerade weil er hier auch gefördert wird ist der sprengmeister ihr verliert durch die IFE skillung die ich euch auch gleich ans herz legen werde um vernünftig damage mit diesem schiff zu machen drei prozent brandwahrscheinlichkeit mit dieser premium skillung also mit diesem premium kapitän hier sozusagen dieser verbesserten fähigkeit könnt ihr die brandwahrscheinlichkeit wieder um drei prozent steigern das heißt die beiden skills heben sich gegenseitig auf und das ist eine ganz ganz wichtige sache und deswegen empfehle ich euch das hier sogar zuerst zu skillen wenn ihr dann noch vier punkte übrig habt solltet ihr meiner meinung nach zuerst den tarnungsmeister skillen um die kennbarkeit um weitere zehn prozent nach unten zu schrauben ihr könnt aber auch zuerst IFE skillen wie ihr das möchtet sobald ihr ein 14er kapitän habt ist der nächste skill nach dem tarnungsmeister respektive je nachdem was ihr zuerst gilt jeweils das andere also entweder trägationelle springgranaten oder dann der tarnungsmeister und dann seid ihr erstmal schon mal richtig gut aufgestellt danach geht es weiter und zwar hier in diesem Bereich aktuell werden flugzeuge zu immer größeren bedrohung entschuldigung ich musste ganz kurz mal husten und ja das sind jetzt hier vier punkte die für euch noch relevant sind und auch zu empfehlen sind also schießgrund ausbildung oder eben die verbesserte schießausbildung die jeweils für die flugabwehr einen guten eine gute verbesserung bringen nämlich mehr schaden auf der kurz mittel und lang strecken flugabwehr oder auch halt hier schaden pro sekunde innerhalb des explosions radios von granaten mit mittel und lang strecken flugabwehr außerdem wird die hier halt auch die hauptbatterie beziehungsweise die sekundär geschütze von 100 bis zu 139 mm um 20 prozent gesteigert das ist eine nebensache die braucht man eigentlich nicht auf diesem schiff darum ist das auch nur eine zweite idee sage ich es einfach mal weil die wichtigen sachen habe ich euch gleich am anfang erwähnt ich finde wichtiger als die schießgrund ausbildung eigentlich noch den inspektor weil ihr dann hydro und torpedonachlade beschleuniger einfach noch einmal mehr verfügbar habt und das halte ich für sehr sehr sinnvoll und eine zweite variante die man sich auch nochmal überlegen kann ist eben hier die das manuelle feuer in der flug bewaffnung die dafür sorgt dass eben der sektor den ihr verstärkt habt um 20 prozent mehr verstärkt wird und auch die zeit zur verstärkung eines flugabwehrsektors eben ja verkürzt wird das kann also auch nochmal ein richtig sinnvoller skill für das schiffchen sein wie sagt hier elite schütze und spreng und adrenalin rausch habe ich bereits erwähnt es könnte unter umständen auch für euch noch interessant den 1000 sasser zu skillen der dann das voraus material nochmal fünf prozent schneller bereitstellt in verbindung mit der flagge die wir vorne mit dem signal flagge die wir vorne gesetzt haben ist das auch ziemlich sinnvoll und dann gibt es noch zwei skills die optional sind für euch entweder präventive maßnahmen wenn ihr die erfahrung sammelt dass das schiff doch relativ schnell modulausfälle hat dann könnten präventive maßnahmen geeignete gegenmittel sein oder eben hier bei der vielseitigkeit beschuss schussalarm das ist halt was was euch noch mal in die lage versetzt wenn ihr wirklich beschossen werdet ja habt ihr dann sechs sekunden oder mehr zeit noch eine ausweich manöver durchzuführen das ist das weil ich euch zum kapitän an herz legen kann ich bin der meinung kwan rong hat hier eine durchaus sinnvolle verwendung auf diesem schiff und sollte oder sein bruder eben da rong sollte hier auf dem schiff verwendung finden kommen wir jetzt ganz kurz noch zu den pro und kontras dieses schiffes und ob ihr euch dieses schiff kaufen solltet oder wie wichtig es ist für euch müsst ihr am ende zwar selber entscheiden aber ich möchte euch da trotzdem einen kleinen anreiz geben also für meinen begriff und das fand ich bei dem schiff ganz besonders toll ist der direkte schuss man muss sich nicht groß eingewöhnen auf diesem dampfer sondern man hat eine sehr direkte flugbahn und das macht einem leichter gut und optimal richtig vorzuhalten dann hat es aktuell dieser kreuzer die langste torpedoreichweite im spiel 13,5 kilometer tiefer torpedos eine sehr große bedrohung für viele viele schiffe also kreuzer schlachtschiffe und flugzeugträger zerstörer trifft man damit nicht aber das macht man eben mit den guns so dann finde ich eine relativ gute flugabwehr die einen als trägerpilot doch relativ schwer macht und eine vernünftige brandwahrscheinlichkeit ich möchte die ganz kurz noch mal zeigen ja wir haben ja jetzt flaggen drauf und so weiter wir haben jetzt eine brandwahrscheinlichkeit von 16 prozent dann müssen wir dann drei wieder abziehen weil hier ja eva nicht mit geskilled ist das heißt also bei dem kapitän nicht mit geskilled ist das heißt wir haben 13 prozent mit eva zusammen und haben dann auch eine vernünftige panzerungsdurchschlag schlags kraft von dann 32 millimetern gut das ist noch eine positive nachricht sozusagen ist der torpedo reload booster das ist zwar jetzt nicht unbedingt die hauptsache die man einsetzen sollte also die man ständig einsetzt weil man eben die ganze zeit immer warten muss bis man die torpedos verwenden kann aber der booster macht durchaus sinn und ja ich fand es eigentlich ganz angenehm weil ich immer wieder torpedos in wasser geworfen habe wenn ich gerade mal nichts zu tun hatte zack torpedos in wasser man muss natürlich gucken wo seine alliierten sind aber ja das ist vor allen dingen rechnet meistens keiner damit und man hat eigentlich wenn man ein bisschen glück hat in fast jedem spiel torpedotreffer mit dabei so kontra es ist so dass dieses schiff nur ja mit efa e meiner meinung nach richtig effizient zu fahren ist also efa e ist auf diesem schiff ein pflicht skill weil standardmäßig eben nur ein sechstel penetration hier ein liegt und mit efa e kann man das zumindest ein bisschen steigern es hat keinen nebel sondern eben dafür hat diesen torpedo reload beschleuniger das ist für mich ein bisschen ein problem musste ich mich daran gewöhnen nicht so trotz hat das schiff mir ja trotzdem spaß gemacht auch ohne nebel die italiener die haben mich da so ein bisschen gelehrt also italienische kreuzer kann man ja auch nicht mit nebel fahren von daher fand ich das eigentlich ganz cool dann geht es weiter ruderstellzeit die ruderstellzeit ist hier doch verhältnismäßig langsam im verhältnis zu admiral kutuzov oder zu michael kutuzov besser gesagt und das ist für mich ein ganz klarer nachteil ihr habt hier zwei sekunden langsamere ruderstellzeit wenn ihr ja eigentlich sogar vier sekunden wenn man ganz genau ist das ist also ein riesen problem und ihr müsst näher ran an den feind nämlich 1,6 kilometer näher ran was auch nochmal zusätzliche herausforderung ist der direkte schutz sorgt auch dafür dass ihr nicht so optimal insel benutzen könnt was ja das alles noch schwieriger macht also es ist definitiv kein einfach zu fahren das schiff es ist herausfordernd ihr müsst auf größere distanzen schießen also ihr solltet meiner meinung nach nicht näher an den feind ran als 13 kilometer das ist so in in dem bereich zwischen ich sag mal 16 17 bis 13 kilometer fühlt dieses schiff sich am wohlsten und ihr habt immer noch genug reaktionszeit um feindlichen beschuss zumindest etwas auszuweichen ansonsten hat mir das schiff echt eine menge spaß gemacht solltet ihr dieses schiff unbedingt haben das ist natürlich wieder eine sehr individuelle frage für mich persönlich ist es so ich bin ein jäger und sammler und möchte dieses schiff gerne haben wenn ihr die kutus auf schon besitzt braucht ihr diese schiff meiner meinung nach nicht unbedingt ihr müsst einfach nur im hinterkopf behalten gegen die irian gibt es eben tiefwasser torpedos und alles andere ja ist dann ja eigentlich so gut wie identisch kann kürzer schießen sogar also von daher habt ihr die kutus auf so braucht ihr diese schiff eigentlich nicht zwangsläufig kaufen wenn ihr jäger und sammler seid ist es auf jeden fall eine gute sache und ihr macht damit nicht unbedingt was verkehrt vor allem wenn euch die kutus auf vielleicht schon gefällt habt ihr die kutus auf nicht ist die irian und ihr sucht eine neue herausforderung dann ist die irian ein schiff was man was man als durchaus solide und besonders bezeichnen kann und ja wer möchte und vielleicht sogar auch ein bisschen glück hat aus dem container diese sache zu ziehen dem kann ich dazu nur gratulieren denn damit macht man eigentlich nichts verkehrt wie sagt spezielle fahrweise ein bisschen überlegt und beherzt handeln sozusagen also aus dem bisschen aus dem hintergrund dann macht ihr habt ihr da sicherlich eine menge spaß damit so und das war's mit der schiff vorstellung zur irian ich hoffe ihr konnt euch wieder ein bisschen den anreiz bieten oder die informationen bieten die ihr brauchtet was hier besonders ist was nicht so zu empfehlen ist wenn dem so ist würde ich mich ganz doll über ein abonnement über einen daumen nach oben freuen natürlich freut mich auch immer über konstruktive kritik und eure kommentare unter diesem video ihr könnt auch gerne wünsche äußern welche schiffe wir einmal vorstellen sollten dazu kann ich euch auch nur einladen und ja ich danke für eure zeit und wir hören uns im nächsten video hier auf dem youtube kanal von dem infotainment portal rund um world of warships tschau tschau macht's gut